Stefan Ortega, zuallererst herzlichen Glückwunsch Gruppenerster. Kann sich sehen lassen, wie zufrieden sind Sie auch mit dem Ergebnis heute, Ihre Mannschaft? Ja, also vorgenommen hatten wir uns schon auch noch zu gewinnen. Das ist einfach der Anspruch hier in dem Verein und in der Mannschaft, dass man jedes Spiel, was man hat, versucht zu gewinnen. Aber uns war auch klar, am Ende ist es für uns wichtig, als Erster in der Gruppe durchzukommen, für eine bessere Ausgangsposition im Haftelfinale. Aber so, wie das Spiel gelaufen ist, glaube ich, war es irgendwann abzusehen, was beide Teams wollten. Wir hatten dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, echt, weiß ich nicht, wie viel Prozent Ballbesitz. Und Dortmund war auch fein damit. Die waren, glaube ich, ganz happy, dass Gregor den Elfmeter hält. Und danach, glaube ich, hat er diesen Doppelsafe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war Ihr erstes Spiel für Manchester City, das erste Pflichtspiel. Wie hat es sich für Sie angefühlt, dann auch gleich hier in Dortmund für 81.000? Sie kennen es ja noch aus der Bundesliga. Ja, es ist dann fast so ein bisschen symptomatisch für meinen Karriere-Werdegang, wie das so ist. Ich musste mir immer relativ viel erarbeiten. Dann habe ich meine Hauptkarriere in Bielefeld verbracht, wo es eher immer auf und ab ging, auf und ab ging. Und jetzt bin ich bei einem der Top-5-Vereine in der Welt, durfte mein erstes Spiel, offizielles Spiel, hier in Deutschland machen, im Signal Iduna Park. Für mich als Deutschen war das schon so ein bisschen eine kleine Traumvorstellung, als klar war, dass wir qualifiziert sind, hatte ich schon ein bisschen mitgehofft, dass sie sagen, komm. Sie sagen Hauptkarriere, die beginnt ja vielleicht jetzt noch. Ja, man weiß nie. Ich bin, glaube ich, da, was das angeht, so ein bisschen den Spätsünder. Deswegen für mich und für meine Familie ist das ein absolutes Abenteuer. Ich genieße das hier jeden Tag. Die Mannschaft, Stuff und allem kann man sich, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, aber es ist so super freundlich und jeder hilft einem. Es ist alles echt sehr, sehr hilfsbereit. Und ja, ich kann nur sagen, bisher, bisher habe ich, glaube ich, vieles richtig gemacht mit dem Wechsel. Eine kurze Frage noch zum Schluss. Wie ist es in Manchester? Wie kommen Sie zurecht mit Landleuten der Sprache? Besser als erwartet. Die Leute sind wirklich richtig freundlich. Wir wohnen ein bisschen außerhalb von Manchester. Ja, Linksverkehr war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und noch nirgends angedotzt. Nee, nee, bisher noch nicht. Aber klar, ist halt erst mal für uns was anderes, weil wir eine andere Sprache sprechen müssen. Aber die Leute helfen einem. Also nicht nur im Verein, auch so die Leute, die dort leben, wenn die merken, man ist jetzt kein Einheimischer, haben wir bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Stefan, vielen Dank. Gute Heimreise. Danke. Alles Gute. Ciao. Gute Heimreise.